Seine Spieler wie Autogrammsammler um die Münchner Straße herum gestanden hätten. Nun heute war das anders. Heute gingen die Mannheimer mit viel weniger Respekt zur Sache. Sehr engagiert, sehr couragiert, oft fast ein wenig übereifrig und das führt dann auch hier und da zu Fehlpässen und zu Missverständnissen. Die Waldhöfer hier mit einem Freistoß leichter zu erkennen an den senkrechten schwarzen Streifen auf ihren blauen Trikots. Die Münchner hier in der Defensive immer wieder versuchten sie zu kontern anzusetzen, wie hier über Kraus. Augenthaler der Libro ist mitgegangen, aber dann ist dieser Angriff schon wieder abgeblockt und die Waldhöfer ihrerseits mit einem Angriffsversuch. Alfred Schön ist das gewesen mit der Nummer 10 und hier Fritz Walter, der kleine Mann, den eben Werner Zimmer angesprochen hat. Nun er stand oft allein auf weiter Flur umringt von mehreren Bayern-Abwehrspielern und kam eigentlich zu nur einer einzigen echten Torchance und das war hier nach diesem schönen Alleingang von Alfred Schön. Wir sehen gleich in der Zeitlupe wie rechts Dürrenberger versucht Alfred Schön anzugreifen, dann aber sieht wie gefährlich es sein könnte, ihn jetzt noch näher zu attackieren und eventuell sogar einen Strafstoß zu riskieren. Dann die scharfe Hereingabe und Fritz Walter schon ein bisschen zu weit nach vorne geprescht. Die erste erwähnenswerte Aktion nach gut einer Viertelstunde. Dann die Bayern mit Augenthaler, weite Flanke, Stellungsfehler von Rainer Scholz und Karl-Heinz Rummedicke. Einmal, zweimal und Zimmermann. Und aus solchen Situationen hat der Münchner ja in der Vergangenheit schon mehr gemacht. Hier noch einmal der Stellungsfehler von Scholz, dann erster Schussversuch. Natürlich schwierig zu nehmen der Ball für Karl-Heinz Rummedicke, aber dann der Kopfball. Der hätte eigentlich sitzen müssen. Rummedicke übrigens gut bewacht von Rainer Scholz und das muss man auch mal sagen mit fairen Mitteln. Wieder Rummenigke, Scholz immer in seiner Nähe und jetzt Zimmermann mit einem Ausflug. Vielleicht wollte er sich ein bisschen warm laufen. Die Torhüter waren ja nicht allzu sehr beschäftigt in dieser Anfangsphase. Hein, noch nicht wieder in Bestform. Kweißer, Hein und Kweißer, sie gehörten zum Beispiel zu den Spielern, die immer wieder mit aufrücken sollten. Kweißer gegen Lerbi und eine Ecke. Es sah so aus, als hätten die Mannheimer ein bisschen Angst, ein Tor zu kassieren. Deswegen ein bisschen zu defensiv und nur selten Torchancen. Deshalb wie nach diesem Kopfball von Kweißer. Kweißer mit gutem Stellungsspiel. Es war nicht ganz einfach für uns aus den ersten 45 Minuten interessante Szenen herauszupicken. Wir zeigen Ihnen das Beste und wenn Sie so wollen, haben wir das Spiel in Ihrem Interesse manipuliert. Manipuliert hier eine Möglichkeit für Kraus. Auch das eigentlich keine Chance. Es war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. 0 zu 0 zur Pause. Hilfe von den Rängen, die 43.000 sicherlich nicht zufrieden. Schiedsrichter Ulich. Er musste in der zweiten Halbzeit vier gelbe Karten zeigen. Hätte auch eventuell rot zeigen können für Augenthaler, der sich ein bisschen zu energisch einsetzte. Und hier eine Möglichkeit für die Bayern, für Sören Lerby. Der Spielmacher bei den Bayern. Nicht der große Star auf dem Rasen. Einer unter vielen. Keiner, der sich die Initiative an sich reißt. Die Bayern übrigens nach der Pause mit Dieter Hoeneß für Michael Rummenigge. Auch der sogenannte kleine Rummenigge. Nicht in bester Form. Das Spiel aber jetzt wenigstens etwas interessanter. Niveau angezogen. Dennoch kaum mehr als Mittelmaß. Ich muss mich da wiederholen. Die Ausschnitte täuschen über den wahren Verlauf ein bisschen hinweg. Auf Ball Hain und wieder genau auf Jean-Marie Pfaff. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich eine längere Passage aus der zweiten Halbzeit. Etwa zwei Minuten. Beide Teams zerrieben sich in Zweikämpfen. Man rackerte sich ab, das muss man anerkennen. Man gewann Meter um Meter im Mittelfeld längere Ballpassagen. Solche schönen Schüsse, gelungene oder gar gute Kombinationen, blieben mangelbar ebenso wie Torraumszenen. Dafür umso häufiger so etwas wie hier. Rückpässe, Querpässe und Fehlpässe. Wieder ein Angriffsversuch. Der Waldhöfer über einen Dickgießer. Ganz rechts Alfred, ganz links Alfred. Schön und dann wieder ein Pass in die Tiefe, aber zugleich auch ins Leere auf Thomas Remag, der inzwischen ins Spiel hineingenommen worden war. Dremmler ist das. Und Jean-Marie Pfaff, der sicherlich in seiner kurzen blauen Hose heute einige Zeit gefroren haben dürfte. Augenthaler. Wie gesagt, er kam knapp an einem Platzverweis vorbei. Dieter Hoeneß mit einer Kopfballvorlage und Rummenigge. Vielleicht seine beste Szene. Mit der Fußspitze kam er noch an den Ball. Aber dann war da ja auch noch Zimmermann. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Dieter Hoeneß, er kämpfte. Das muss man ihm lassen. Aber er war natürlich wesentlich weniger erfolgreich als vor einigen Tagen. Freistoßentscheidung. An der Leistung von Herrn Ulich gibt es eigentlich nicht viel zu bemängeln. In der zweiten Halbzeit musste er die Zügel etwas anziehen. Und jetzt Lerbi. Rummenigge. Und an den Pfosten Glück für Waldhof. Das war etwa zehn Minuten vor dem Ende. Davor gab es eine gute Passage für die Einheimischen. Jetzt eine Viertelstunde vor Schluss. Die Gäste wieder mit Vorteilen. Vielleicht auch mit den größeren Kraftreserven. Flügler, der sehr viel arbeitete. Ein junger Spieler mit großer Zukunft. Weite Einwürfe, seine Spezialität. Sicherlich nicht ganz korrekt ausgeführt. Dieter Hoeneß und Glanzparade noch einmal von Zimmermann. Und das war es dann eigentlich auch 0 zu 0. Das den gezeigten Leistungen entsprechende Resultat 0 zu 0. Die Bayern hätten als Titelanwärter für meine Begriffe hier beim Neuling etwas mehr riskieren müssen. Ein Punkt ist wohl zu wenig. Da dürften die Mannheimer schon eher zufriedene Gesichter machen. Immer noch kein Sieg. Zwar in der Rückrunde, aber wenigstens ein Punkt im Kampf gegen den Abstieg.